Uns fiel der Entscheidung überhaupt nicht schwer beizutreten, weil wir vor allem die Fälle, die der Dr. Klukas uns geschildert hat, dass wir Bewerber bekommen hatten, die aber nicht perfekt zu unserem Profil passten und die wir gerne weiterempfehlen möchten, genauso dass wir Bewerber gesucht haben, die vielleicht andere Unternehmen bekommen haben, sehr oft schon hatten. Und das war für uns ein Grund sofort Ja zu sagen, spontan und uns an diesem Portal zu beteiligen. Wir wünschen uns vor allem, dass dadurch die Region Sachsen sehr viel sichtbarer ist als IT-Region und dass wir es dadurch ermöglichen können, dass wir sehr gute Leute auch außerhalb von Sachsen in die Region Sachsen ziehen können, weil Sie sehen, es gibt viele Unternehmen in Sachsen, die Jobs anbieten und dass sie sich nicht bloß auf ein Unternehmen jetzt hier bewerben müssen, sondern dass sie auch Möglichkeiten haben, wenn sie vielleicht auch mal sich weiterentwickeln wollen oder anders entwickeln wollen, wenn sie in dieses Gebiet hier ziehen. Vielen Dank.